So, sind wir bei The Crew. Wieder nur mit Paul Meister und nicht mit Robert Watson, weil er wie gesagt bereits im Urlaub ist. Es geht einfach los mit dem nächsten Rennen, und zwar Runde 2. Die Mission beginnt gleich. Runde 2, schlage Cam's Rekord. Schwierigkeit normal, erfolgliche Fahrzeugstufe 370. Na, hab ich ja ganz knapp. Du schaffst sicher noch einen von Cam's Langzeit-Rekorden. Pass auf, denn der hier ist wirklich schnell. Äh, wirklich schnell kann ich. Guter Junge. Wenn du den Thron besteigen willst, musst du es beweisen. Hä? Enge Kurven und PS, Alex. Tritt rauf! Oh, enge Kurven? Oh, nee. Oh, jetzt müssen wir das Autobahnkreuz fahren. Was ich hier so geil finde eigentlich. Upsi. Boah, das sieht echt geil aus. So von der Ferne so die, die Stadt. Cool. Oh, jetzt hier. Oh, nee. Nee! Alter! Oh, nein! Okay. Gerade noch so in Ordnung hier. Ich muss mich zurücksetzen. Okay. Enge Kurven. Naja. Okay. 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 Dallas, Innenstadt. So nah. Okay. 5,9 Kilometer noch. Oh, nee. Okay. Momentan bin ich hier noch erster. Historic District. Ich habe eine Schild genommen, ich hoffe. Ja, ich auch, glaube ich. 4,8 Kilometer noch. Also bis jetzt ist der Rekord nicht so schwer. Nee. Wirklich nicht. Wirklich schnell. Obwohl ich nur ganz knapp die erfolglige Fasekstufe habe. Oh, nee. Hat er übelst rausgedreht. Ah. Tja. Wir können ja leider nirgends abkürzen. Die Straßen, die alle so eng sind. Quasi. Nee, sollte man Performance-Werbung eigentlich auch nicht machen. Was? Abkürzen? Ja. Naja. Kommt drauf an. Wenn es über Gelände ist, dann nicht. Ja. Wenn es andere Straßen sind, dann könnte man es schon machen. Boah, hier ist ein geiler Tunnel. Naja, okay. Es sah von außen noch ein bisschen besser aus. Oh, nee. Ja, toll. Muss jetzt jeder alleine einsammeln? Ja, oder? Checkpoints. Nein, eigentlich nicht. Nee? Achso. Die könnte man ja theoretisch abkürzen, wenn einer. Dann. Wenn der eine schon wüsste, wo die Strecke langführt, dann könnte er eine übelst abkürzen. Könnte er sich schon zum Ziel fahren. Und der andere sahen die Checkpoints ein. Kannst du dich nicht aufhalten? Kannst du dich nicht aufhalten? Ja, ja, ja. Boah. Ziel. Cool. So sieht's aus. Mission erfüllt. Zweiter. Silber. Silber. Gewichtsreduktion gewonnen. Stufe 25. Oha. Mit Bremsbonus. Boah, plus 10. Plus 10. Boah, ziemlich viel EP. Ja. Ah. Ich geh zum freien Fahren. Mann, Junge. Das war schnell. Wirklich, wirklich schnell. Ich bin doch nicht so überrascht, Chica. Hey, da bist du ja, Alex. Das muss Cam erst mal schaffen. Gute Arbeit. Die Taube. Gut. Fahren wir fort mit dem nächsten Rennen. Ach, das ist ja gleich. Tiefschlag. Kleiner, du wirst langsam nervig. Mach ich immer wieder gerne. Irgendwas sagt mir, du magst es eher oldschool. Also ein Vorschlag. Erstes Tiefschlag? Du und ich. Sieger bleibt, Verlierer räumt das Feld. Sagen wir nur wo. Tiefschlag, eigentlich Tiefschlaf heißt es doch. Tiefschlag steht hier aber. Ja. Ich lade dich mal ein. Das ist ein Vorspiel, glaube ich. Was? Kommt das ein Wortspiel? Ja. Strassefahrzeug benötigt. Tiefschlag. Entkomme den Cops. Schwierigkeit normal, voller die Fahrzeugstufe 340. Welche Fahrzeugstufe hast du? Alex, Cam hat gelogen. Die Cops kommen. Verschwinde da. Wer ist da? Später, gib Gas. Tch. Das weiß ich gerade nicht. Häng die Cops ab, Alex. Aber woher? Später, häng sie ab. Äh, okay. Alter, wie die rumbacken. Wow. Okay. Hast du das gehört? Ja, wer immer das war. Boah. Dass du ihn zurückgeholt hast. Ich hab's versucht, aber das Signal wird umgeleitet. Hä? Was ist denn hier los? Hä 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 hä. Alter. Ey, nee. Paul Meister ist denn bei... Alter, der Helikopter, was ist mit dem denn los? Das hört richtig merkwürdig aus. Schütze in Mais gesucht. Ja, okay. Was zur Hölle? Stufe 5, äh, Stufe 4 Verfolgung. Stufe 4 von 5. Okay, dann dreh ich mal um, fahr zu dir. Oder? Oder soll ich wegbleiben? Hm, ich würde gut, ist mir egal. Okay. Weil eigentlich... Ich hab mich schon nicht erwischt. Nein. Du bist doch gesucht. Achso, okay. Wow. Nein, die kriegt mich nicht so schnell. Weil wirklich schützen kann man dich ja nicht. Nee. Was ist denn das hier für ein Subol? Hä? Hä, was war das? Ich hab keine Ahnung. Alter, ich kann auf der Karte die Linie nicht mal mehr sehen, weil da so viel Polizei ist. Mann. Ja, toll. Soll ich in die andere... Ah, nee. Jetzt kann ich auch hier lang. Okay. Was zur Hölle? Oh, nee. Jetzt werde ich verfolgt. Ja, natürlich. Soll dich schützen? Ja, geht doch gar nicht mehr. Du bist... Du guckst mir zu, ne? Ja. Oh ja, Alter. Was ist denn hier alles? Das war laut und deutlich. Jetzt sind wir unter der Autobahn... Oh, nee. Erste Zorn hat weiterhin gute Sicht auf das Zwiet. Alles verstanden. Nee, 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 nee. Tschüss. Ich will hier weg. Komm schon. Kacke. Kacke. Hö. Was ist denn hier? Bereit machen zum Ramm. Wacht uns. Alter, alter, nee. Zentrale, Ziel ist immer noch unterwegs. Wiederhole, immer noch unterwegs. Ja. Ja. Oh. Die Straßensperren stehen, Zentrale. Stand vor. Alle zuhören. Natürlich ist da vorne wieder einer. Nagelbänder gibt's hier ja nicht, ne? Nee. Zum Glück. Er will das Südwesten. Er will das Südwesten. Tja, so schlau sind die Polizisten nicht. Hä, ist er das? Ja, ich bin draus. Oh, doch nicht. Oder? Doch. Ja. 15 Sekunden. Oh, nee. Öh, was? Da vorne sind wieder welche. Och, nö. Ja, sicher. Die konnten mich noch gar nicht sehen. Hä, wie schnell der denn bitte? Hä, wieso ist der jetzt weg? Die spawnt. Oder gecrasht. Okay, jetzt kann ich hier stehen bleiben. Yay. Mission erfüllt. Erster. Stufe. 34. All deine Autos werden in einer Stufe besser als zwei Mod-Punkte verdient. Was, wie viel kriegst du? Bronze. Bremsenborn, Stufe 25. Plus 6. Plus 25 krieg ich. Achso, wegen deiner Stufe. Achso, stimmt. So, ich krieg minus 5. Nee, will ich nicht ausrüsten. Rückkehr zum freien Fahren. Oh. War noch ein freier, Mann. So ziemlich. Also wer bist du? Das bleibt geheim. Ich beobachte dich. Alles klar. Fahren wir einfach fort mit dem nächsten Rennen. Nicht wahr? Ja. Und zwar auf den Körper. Oh, okay. Okay, dann kann ich mich hier oben hin porten zumindest. Das ist nicht ganz so weit. Benutze die Blitzreise 250 Mal. Boah, ich hab die schon 250 Mal benutzt. So, es geht weiter. Mit dem Rennen. Auf den Körper. Eh. Flugkorb. Genau in dem Moment, wo ich A drücken wollte, wurde es ziemlich herausgeräumt, sodass ich nicht mehr drücken konnte. Auf den Körper. Zerstöre Cams Lieferung. Schwächkeit normal. Boah, alles was ich gewinnen kann, ist besser. Cool. Siehst du, was ich für dich tue? Da drüben steht dein Auto. Steig ein und warte. Worauf? Das siehst du dann. In Five Tents gehört die Interstate. Also fliegt Cam über ihn. Zerstör die Pakete, bevor seine Jungs kommen. Was? Boah, das ist so nervig ein bisschen. Zerstörer 140. Ich kann durch dich durchfahren. Ah, stimmt, wir haben beide eine andere Strecke. Echt? Ja. Ist ja geil. Ich dachte, wir müssen jetzt beide die gleiche Strecke zerstören. Okay. Das ist eine lustige Mission. Kannte ich natürlich noch nicht. Ist ja logisch. Mein Scheiß, einfach was. Hä? Wieso sind die zwei nebeneinander? Alter, was ist denn hier los? Ich fall wieder rechts. So. Boah, wie viele sind hier denn? Alter. Okay, jetzt links. Das ist ja 140. Insgesamt, ähm, ja. Warum? Was hat das jetzt nochmal mit der Story zu tun, diese Mission? Das sind irgendwelche Pakete, die gehören kennen und die sollen wir zerstören. Die liegen einfach so verteilt. Ja. Die sammeln dann eigentlich normalerweise den hier, äh, den seine Leute ein. So. Ja. Okay. Zwei Minuten. Wie viele haben wir denn? Zwei, 64 hab ich erst. Oh ne, da, da. Ja, wir, jedes von uns allen. Ja. Ist das viel? Ne, oder? Ne, wir müssen ja 100. Die Hälfte. Die Hälfte. Ja. Zack, zack, zack. Okay, hier liegen grad ziemlich viele. Kann ich mir alle mal holen. Hier, bist du schon vorbei, oder wo bist du? Ja, es gibt ne, es gibt ne Reihenfolge übrigens, wie man die am, die jährlichsten einsammelt. Ja. Die hab ich, glaub ich, verpasst, oder so. Oder, ne, ich glaub ich fahr die sogar. Weiß ich gar nicht. Hä? Die letzten, Alex. Sag Zoe, von wem du die Spur hast, sicher. Hä? Wo ist denn das jetzt? Ach da. Oh. Richtig unnötig hier lang gebraucht. Also das wird, das will ich da holen. Das ist ganz viel in einer Reihe. Okay, da hinten haben wir irgendwie ein paar verpasst, oder so, glaub ich. Bist du unerfüllt? Achso, okay. Wie viel Zeit hatten wir noch? Weißt du das? Hm, keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Bronze, Steuergerät gewonnen. Stufe 25. Plus 9. Cool. Fortfahren. Rückkehr zum freien Fahren. Boah, das ist halt wirklich knapp. Verdammt, er ist weg. Ach, Cam wird echt sauer sein. Gut. Du hast Cam angeschlagen, aber das reicht noch nicht. Ich hab da Info D. Hey, 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 warte. Ich weiß nichts über dich. Wer bist du überhaupt? Relax. Du kennst mich. Nein. Was? Mein Name ist Coburn. Der Boss hier. Schiff hat das vergessen. Also enthebe ich ihn der Verantwortung. Beeindruck mich. Gewinn Rennen. Hol Skalps. Und du wirst wie 8. Fick mich. Und du bist tot. Und? Verstanden. Na sicher. Was kam bei dir gerade? Ich melde mich. Warte. Ja, das war Coburn. Ja. Der unbekannte Anrufer. Und der hat böse Wörter benutzt. Na na na. Ja, wir stehen wohl auf gleichem Stand jetzt. Yo. So, das nächste Rennen heißt, das können wir auch jetzt noch machen, Konter. Legpunkt setzen. Obwohl, nee, Quatsch. Keine Ahnung. Blitzreise machen hier. So. Diese Cam-Geschichte dauert zu lange. Luis Caliente ist Cam's Nummer 1 Vollstrecker. Er dreht Runden durch New Orleans. Schalt ihn aus. Öffentlich. Cam verliert sein Gesicht. Und dann geht ihm die Kohle aus. Win, win. Verstanden. Okay. Konter. Crew Corp. Die Mission beginnt gleich. Straßenfahrzeug benötigt. Konter, schalte Luis aus. Schwierigkeit. Normal. Volllieferzeugstufe 348. Ja, dann machen wir dich mal krass. Mal sehen, ob sich die Info bezahlt macht. Was willst du? Oh, hi Cam. Wie geht's denn Luis heute? Woher zum Teufel, weißt du? Er sollte besser abhauen. Oh. Der hat ja eine schicke Karre. Tja, ich hab halt eine schicke Karre, ne? Ich glaub irgendwie die, die Mission kenne ich noch aus dem Trailer oder so. Oh. Shit. Hey, wo fährt er lang? Hey. Überzugst mich nicht. Jetzt schnapp ihn dir. Ja, ja, ja. Natürlich noch. Alter, mach ihn kalt. Ja. Boah, was ist das für eine Straße? Kurve über Kurve. Oh. Oh yeah, das war so gewollt. Okay, Arschloch. Das Maß ist voll. Oh, nur eins? Als Maul. Mal sehen, wie gesprächig du bist, wenn die Jungs mit dir fertig sind. Okay. Ich bin der meistgesuchte. Na toll. Ach ja, genau. Sicherlich, Alter. Jetzt bist du der meistgesuchte plötzlich. Hä? Verrier ihn nicht. Alter. Hm. Noch zwei Minuten. Jetzt schallt ihn aus. Da vorne ist er. Komm. Ja, genau. Ja, jetzt biegt er schon wieder ab. Oh, nee. Komm, ich hab ihn fast. Ach so, ja, natürlich. Alter, was ist das? Fahr doch mal, du... Alter. Na, los. Schnell. Schneller. Hm. Oh, nee. Oh, ich dachte, er biegt ja schon wieder ab. Aber hier biegt er ab. So. Oh, nee. Nein. Hallo. Hä, wie es sich zurückgesetzt hat. Oh. Mann. Sagst du mich nicht. Jetzt schnapp ich dir. Wenn's es nicht zurücklesetzen lässt. Ja. Toll, dass hier ein unbedingliches Fahrzeug steht, was ich... Haha, das... ...mit einem Verkehrsauto kollidiert. Was? Ich... Was? Ich hab's überhaupt nicht gecheckt, dass ich... Hä? Genau, ich wurde einfach gefangen genommen. Sicher. Ich hab's überhaupt nicht gemerkt, dass die da überhaupt an mir dran waren. Alter, sicher. Unlogisch. Ich bin einfach noch gefahren. Können mich während dem Fahren gefangen nehmen, oder was? Bestimmt. Schade, hier gibt's da ja keine Action-Sicht. Aber so hier. Die Sicht. Stoßstangensicht. Ey, ich werde auch nicht mehr verfolgt jetzt. Alter, als ob. Oh ja, wie ich ihn fast hab. Alter. Ja, ich seh's. Mann, nein! Drei... Alter. Genau, Alter. So knapp. Oh, genau, Alter. Mit zwei Energie, Alter. Genau. Genau. Ach, so ein Spaß. Hm. Jetzt machen wir diesen Wichser so kalt. Ja. Mach ihn kalt. Ja. Ist gut. Mann, die Uhr nötig, der einfach hier langfährt, Alter. Du überzugsst mich nicht. Jetzt schnapp ihn dir. Jetzt zeig's ihm. Ja, Mann. Ich kann immer aufhören zu labern hier. Nicht, ey. Jetzt schnapp ihn. Schnapp ihn dir. Zeig's ihm. Schalte ihn aus. Zeig's ihm. Okay, Arschloch. Das Maß ist voll. Oh, nur eins? Als Maul. Mal sehen, wie sprichlich du bist, wenn die Jungs mit dir fertig sind. So, jetzt. Warte, ich fang ihn ab. Och, nö. Ich bin ernsthaft zu schnell. Oh, Mann. Ja. Ich werde diesen verwischt. Nee. Oh. Als ob, Alter. Da kommen die wieder. Ich hab versucht, genau in ihn reinzufahren, aber natürlich war ich ein bisschen zu früh. Ach, komm, jetzt hab ich ihn. Ja. Alter. Nee. Warte. Ich fang ihn wieder ab. Oh, jetzt. Ich kann natürlich nicht genau sehen, wo er ist. Hier ging nicht gefahren, dass du Energie abgezogen bekommen, Alter. Das ist nicht lustig. Ja. Du bist tot, Mann. Hörst du? Ein toter Mann. Ja. Total. So. Sehr schön. Endlich ist der Bixer tot. Ja. Hä? Hier unten so geschleßig bewegt. Ich glaube, jetzt wurde ich wieder noch gefangen genommen. Während ich da stand. Stufe? 35. Oh, 36. Oh, plus 24. Alle Fahrzeugstufen um 24 erhöht. Geil. Bronze. Motorcamp gewonnen. Plus 12. Plus 16 bei mir. Okay. Rückkehr zum freien Fahren. Dein Louis braucht einen neuen Schlitten. Du weißt, es gibt nur eine Lösung dafür. Nicht unbedingt. Verschwinde. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir sehen uns. Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Ruiniere Cam so öffentlich. Ich sorge dann dafür, dass du aufsteigst. Hört sich gut an. Cam wird dich herausfordern. Er muss. Und vielleicht habe ich noch ein paar Jobs für dich. Sei bereit. Jetzt können wir dir auch das gelabere, ne? Danach. Ja. Weil du das hast ja noch nicht gemacht, ne? Okay. Wo ist das nächste Mal? Oder? Ja, aber der Part ist ja zu Ende. Im nächsten Part gehen wir in den nächsten Rennen. Und zwar ist das... Oh, hier unten. Äh, das machen wir als nächstes Mal das Haupt-Event. Also, bis zum nächsten Part. Und tschüss. Tschüssi.